So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und in dem letzten Video, in dem ich den Leak zum B550i Unify von MSI angeteasert habe, sind mir ein paar Fragen aufgekommen. Und zwar gibt es von MSI selbst zwei Produktlinien und zwar Tomahawk und Unify. Diese gibt es sowohl für X570 und B550 in zweifacher Ausführung und dementsprechend fragt sich jetzt der Kunde, was soll ich kaufen? Und da ihr bereits mitbekommen habt, auf meinem Kanal an sich gibt es eigentlich primär ITX, Small Form Factor Systeme und eher die Nischenprodukte. Dementsprechend dachte ich mir, wenn ich schon ein ATX Board da habe, mache ich ein Video für euch dazu. Wir werden heute einmal das MSI Mac X570 Tomahawk ein bisschen unter die Lupe nehmen, schauen, was sich unter den Heatsinks versteckt, also was für Spannungswandler verbaut sind, was für Mosfets. Und wie diese entsprechend geschaltet sind, also mit wie vielen Phasen dieses Board ausgestattet ist. Und wir werden das Ganze einmal im direkten Vergleich zu den besagten X570 und B550 Alternativen unter Unify und Tomahawk vergleichen. Das MSI B550 Tomahawk liegt zwischen 140 und 150 Euro. Das Äquivalent hier auf X570 kommt, wie es schon im Namen steht, Wi-Fi mit einem Wi-Fi 6 Modul, sprich wir haben das neueste AX200 Modul verbaut. Und entsprechend ist das alleine schon, denke ich, den Aufpreis hier an der Stelle wert, denn das andere Tomahawk kommt gänzlich ohne WLAN. Und ja, es ist einfach praktisch zu haben, ob man es nutzt oder nicht. Denn vor allem der Preis bei etwa 180 Euro für dieses Board, jetzt gerade mit Zen 3, eher in Richtung 200 Euro angestiegen. Aber nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen hier an der Stelle ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wir werden uns das Ganze anschauen. Dieses Board hier hat nämlich sehr, sehr viel gemeinsam mit dem X570 Unify, das ich bereits auf dem Kanal vorgestellt habe und damals auch meine Empfehlung ausgesprochen habe. Wenn ihr einen 12 oder 16 Kerner in Betrieb nehmen wollt oder vielleicht den 8 Kerner bis ans Limit übertakten wollt, die Spannungswandler sind enorm. Das MSI X570 Unify hatte insgesamt 8 Phasen, aber insgesamt 12 60 Amp Power Stages von International Rectifier für die CPU und zwei für die SoC. Dementsprechend sehr solide aufgebaut und der Preis damals und heute, da hat sich eigentlich fast nichts getan, liegt so zwischen 260 und 280 Euro. Das ist eine Stange Geld für das X570 Board, vor allem weil ihr ja das X570 Board für fast 100 Euro günstiger bekommt. Nachdem das X570 Unify so erfolgreich und beliebt war unter der Community, ist jetzt das angekündigte B550 Unify. Und ja, es gibt zwei Stück, einmal das normale Unify und das Unify X. Ja, das habe ich in meinem letzten Video vergessen gehabt zu erwähnen, dass es zwei gibt. Ja, beide ATX, also beide selber Größenfaktor. Das eine, das Unify X, wie es schon im Namen verrät, ist das Extreme Board, das Overclocking Board. Denn dieses Board kommt mit lediglich zwei Dim Slots. Genauso wie die EVGA Dark Serie ist dieses für Arbeitsspeicher Overclocking ausgelegt. Das B550 Unify ohne X kommt identisch aufgebaut, ja, mit selben Phasen, mit selben PWM Controller, selbe Optik, selbe Anschlussmöglichkeiten. Ob das jetzt ein normaler Konsument braucht, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir so anfangen, ist dann auch wiederum dahingestellt, ob das B550 Unify mit seinen 16 Phasen überhaupt für den Konsumenten notwendig ist. Ja, es gibt bereits sehr, sehr gute Alternativen. Jedoch das Nonplusultra, ja, nennen wir es mal jetzt den Godlike-Ablöser. Ja, da ist das Nonplusultra entsprechend das B550 Unify. Denn es kommt entsprechend mit den besagten 16 Phasen daher. Diese sind mit 14 für die CPU mit 90 Amp Power Stages von Interseal ausgestattet. Und zwar die ISL99390. Zu den genauen Spezifikationen komme ich, ja, am Ende des Videos, wenn wir unser Fazit und direkten Vergleich zwischen diesem Board hier ziehen werden, ja. Denn wir werden hier einmal überprüfen, welche MOSFETs hier verbaut sind und werden die dann mit allen vier Boards nochmal ein bisschen genauer vergleichen. Ja, aber dieses Board, das B550 Unify, kommt entsprechend mit 16 Phasen mit je 90 Amp ausgestattet. Und das ist einfach, ja, ein Brett. So, wieso habe ich mir jetzt überhaupt einen X570 Board geholt? Ganz klar, erstens, das ist nicht mein Board. Das ist das Board für einen, ja, Unterstützer des Kanals. Denn der ermöglicht mir gerade, entsprechend für euch, erstens Ryzen 5000 zu testen. Denn ich habe den Ryzen 5800X, den 8-Kerner, den ich entsprechend auf einem Board irgendwie unterbringen musste. Und der kommt in sein System rein, ja. Entsprechend werden wir hier das X570 gleich auch auf den neuesten Stand bringen. Übrigens, ich habe auch einen Ryzen 3800XT, der 8-Kerner der vorherigen Generation und den würde ich ganz gerne mit dem 5800X ein bisschen gegenüberstellen. Diese Testreihe wird in den nächsten Tagen auf euch warten und entsprechend auf diesem Board stattfinden. In dem PC für deine lieben Kollegen wird entsprechend auch eine RX 6800XT verbaut sein. Sprich, die High-End-Karte von AMD, die dann am 18. nächste Woche auf den Markt kommen wird. Und dementsprechend habe ich die Möglichkeit, sowohl die neuen CPUs als auch die GPU für euch zu testen. Ich selber werde erstens erstmal noch ein bisschen länger den Ryzen 3600 verwenden. Mit der CPU bin ich vollkommen zufrieden, aber ich werde nichtsdestotrotz den Ryzen 5600X für euch testen. Und was ich mir aber holen werde, die RX 6800 ohne XT. Wenn ich die XT bereits in dem System hier für euch vorstellen kann, dann hole ich mir definitiv die günstigere Variante. Und somit haben wir einen breit aufgestellten Überblick zu der aktuellsten Hardware. Sowohl von Nvidia, denn die RTX 3070 als auch 3080 konnte ich für euch vorstellen. Und dann entsprechend das Äquivalent von AMD gegenübergestellt. Die neuen CPUs, alles soweit auf dem Kanal thematisiert. Und das macht mich einfach übertrieben glücklich. Dementsprechend bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dem Kollegen hier seinen PC bauen darf. So, und bevor ich jetzt hier mich noch weiter verstricke, ja, wir nehmen die CPUs beiseite. Und schauen uns das Board hier einmal direkt an. Ja, das ist die Verpackung. Wir sehen direkter Ryzen 3000 Support. Ja, da wurde ich im letzten Video schon ein bisschen drauf angesprochen. Ja, wie sieht es mit nativer Unterstützung für Ryzen 5000 aus? Die ist sozusagen nicht vorhanden, ja, auf keinem Board. Ihr müsst das BIOS updaten. Das ist ganz klar. Natürlich werden neu produzierte Boards mit dem aktuellsten BIOS ausgestattet sein. Und dann entsprechend auch Ryzen 5000 ready sein. Dann würde ich hier aber auch ein anderer Aufkleber drauf sein. Und das ist gerade hier nicht der Fall. Was werden wir machen? Wir werden das Board ganz einfach, ja, flashen. Dafür gibt es von jedem Boardpartner, ob Gigabyte, Asus, Asrock oder MSI, ja, entsprechend Anleitungen. Und das Ganze müsst ihr dann über einen USB-Stick regeln. Das Schöne an B550 und X570 ist die Tatsache, dass ihr hier einen sogenannten BIOS-Flashback-Button habt. Ja, hier ist das Ganze drauf. Und mit so einem BIOS-Flashback-Button und einem USB-Stick, auf dem ihr das BIOS draufgezogen habt und nach der Anleitung des Herstellers gegangen seid, könnt ihr, ja, solange dieses Board hier mit Strom versorgt ist, ja, ihr braucht keinen Arbeitsspeicher, ihr braucht keine CPU, keine Grafikkarte, nichts. Ja, ihr braucht lediglich ein Netzteil und das jeweilige Board, ja, startet das Ganze und dann geht das Board in so eine Schleife rein, ja. So, und ihr müsst hierfür dann entsprechend diesen BIOS-Flashback-Button drücken, während der USB-Stick in dem gekennzeichneten Slot ist, ja, und dann patcht das Board selbst, ja, ohne CPU, ohne irgendwelche Hardware, das BIOS von dem USB-Stick auf das Board drauf und dann habt ihr das Ganze Ryzen 5000 ready, ja. Müsst ihr natürlich auch das entsprechende BIOS verwenden, also nagelt mich bitte nicht drauf fest, wenn ihr was falsch macht. Das Ganze ist nämlich sehr einfach, wenn ihr euch an die Anleitung vom Hersteller handelt. Dementsprechend gebe ich sämtliche Verantwortung hier an der Stelle ab, ja. Ich bin nicht für eure Fehler verantwortlich. Das Ganze ist super, super easy. So, jetzt zu dem besagten Board, ja, das ist die Rückseite. So schaut das Ganze aus. Und wir können hier an der Stelle sehen, was wird beworben. Ja, Extended Heating Design, ja. Wir haben jetzt bei den meisten MSI-Boards wirkliche Klopper, was die Kühlkörper angeht. Also die bieten definitiv genug Masse und Oberfläche, um die Phasen hier zu kühlen. So, ansonsten, ja, wie die meisten B550-Boards im High-End, ist dieses Board sowohl mit 2,5 Gigabit LAN und Wi-Fi 6 ausgestattet. Sprich, was LAN und WLAN-Verbindung angeht, sei ich hier auf dem topaktuellsten Stand. Ansonsten, entsprechend hier mit MSI's Lightning Gen 4 beworben, ist entsprechend auch PCIe 4.0, so wie es bei sämtlichen B550 und X570-Boards der Fall ist, entsprechend auch PCIe 4.0 am Start. Sowohl für den PCIe 16-Slot, also für die Grafikkarte, als auch für die M.2-SSDs. Ansonsten RGB und alles, was das Herz begehrt. Den Rest schauen wir uns gleich an, wenn wir das Ganze hier aus der Verpackung genommen haben. Ja. So, lange nicht mehr ein ATX-Board in der Hand gehabt, ja. Es ist wirklich ein Brett für sich. Und wir machen heute auch sehr liger das Ganze im Unboxing hier in einem One-Take. So, zack. Ja, der Rest kann jetzt auf der Seite. Da haben wir das Board. Wir haben wirklich ein enorm großes Heating. Das Tomahawk hat hier wirklich gefühlt einen Axtkopf drauf, denn daher stammt auch wahrscheinlich der Name. Boah, ja, schaut euch das an. Komplett umschlossen, ja, das IO-Shield schön gecovert und hier an der Stelle wirklich einfach nur brutal. Ja, ansonsten hier der obere Teil des Heatings auch sehr, sehr groß, sehr, sehr massiv und bietet auch schöne Finne, ja, als dass hier die Oberfläche möglichst groß gehalten wird. Gut, also das sieht soweit ganz gut aus. Wir haben entsprechend hier einen Acht-Plus-Vier-Pin. Meines Wissens ist es nicht notwendig, den zusätzlichen Vier-Pin anzuschließen, um das Board betreiben zu können. Das ist eigentlich genauso wie der zusätzliche Acht-Pin eher so ein Marketing-Stunt. Ja, die CPUs brauchen nicht mehr als einen Acht-Pin. Entsprechend, ja, es ist nett, hier diesen zusätzlichen Vier-Pin zu haben, aber wirklich notwendig ist er an der Stelle nicht. Ja, ansonsten schauen wir uns hier den Rest des Boards an. Ja, in dem oberen Teil haben wir hier den ersten Lüfter-Anschluss, hier zwei RGB-Anschlüsse, der eine Drei-Pin, der andere Vier-Pin. Und, ja, dann direkt der nächste Lüfter-Anschluss, also wir sind bei Nummero zwei. Vier DIM-Slots, ja, vier Arbeitsspeicherbänke und, ja, unter unserem 24-Pin-Anschluss fürs Motherboard haben wir einen USB-Typ-C-Anschluss intern. Sprich, auch die aktuellsten Gehäuse können hier soweit auch mit der USB-C-Konnektivität punkten, ja. Wir haben die besagten sechs SATA-Anschlüsse. Und, äh, was ich hier ganz schön finde, ja, ist, dass der USB-3-Anschluss unten entsprechend gewinkelt ist. Normalerweise stehen diese Anschlüsse dann immer hier so ab und, äh, das ist vom Cable Management eher unschön. Hier einen 90-Grad-Winkel zu haben, finde ich sehr gelungen. So, als nächstes, oh, ist ein Aufkleber. Zero Frozer. Fans not spinning, don't worry. Fans stop spinning in low-load situations. This keeps the board quiet and increases lifetime. So. Ja, wir nehmen hier das Ding ab. Und, äh, ja, zu dem Punkt. B-550 hat keinen Chip-Salz-Lüfter. Ja, ist das Ganze besser? Ist das Ganze schlechter? Ähm, sei mal so weit dahingestellt. Aber ich versichere euch, der X570-Chip-Salz-Lüfter, ja, der ist in den aktuellsten BIOS-Versionen der Board-Partner eigentlich so konfiguriert, dass er dauerhaft aus ist. Ja, das Ding läuft passiv und kommt eigentlich nur zum Einsatz, wenn ihr, sagen wir, ein PCIe 4.0 RAID am Laufen habt. Also mehrere M.2 SSDs in einem RAID-Verbund und, äh, die PCIe 4.0 Geschwindigkeit hier wirklich das Ganze fordert und, äh, das Ganze ein bisschen aufheizt. Ja, dafür ist das Ding da, aber ansonsten, ähm, ist es wirklich passiv und, äh, zu vernachlässigen. Ich würde es wirklich nicht, äh, pauschalisieren und sagen, hey, B550 hat keinen Chip-Salz-Lüfter, deswegen kaufe ich mir das jetzt. Ansonsten sehen wir hier unten weiter entsprechend, äh, zwei USB 2.0 Header, einen weiteren USB 3.0, einen weiteren 3-Pin RGB-Anschluss und Front-IO-Anschlüsse hier soweit auch vorhanden. Und als nächstes haben wir hier, ja, 1, 2, 3, 4, 4-Pin Lüfter-Anschlüsse. Ja, das, äh, sieht man selten, hier so einen Stack, ähm, entsprechend haben wir hier wirklich an der Zahl insgesamt 6 Lüfter-Anschlüsse. Das ist, äh, krass, ja, äh, platziert sind die Teile auch soweit sehr, sehr gut. Audio-Sektion hier auch soweit vernünftig ausgestattet und, ja, der oberste PCI-Slot entsprechend Metall verstärkt, der untere normal belassen, ähm, ihr habt hier rein technisch gesehen, ähm, Crossfire-Kompatibilität, ja, aber Multi-GPUs sind tot. Ja, und ansonsten, wie bereits gesagt, beide M.2-Steckplätze hier mit einem Kühlkörper ausgestattet und, äh, ja, sieht soweit sehr, sehr schick aus. Jetzt werde ich mich dran machen, entsprechend hier, ähm, das große Heatsink zu demontieren, sind auch hier auf der Rückseite, ähm, wenn ihr euch das anschaut, ja, nur 4, 5 Schräubchen. Ach so, wenn wir schon bei der IO-Blende sind, ja, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben oben zwei USB 2.0-Anschlüsse und den besagten BIOS-Flashback-Button, einen PS2-Anschluss, unsere, äh, Steckplätze für die WLAN-Antenne von dem Wi-Fi 6-Modul. Ansonsten hier einen HDMI-Port, zwei USB 3.0 und ansonsten vier USB 10-Gigabit-Anschlüsse, ähm, davon einer USB-C, die anderen Typ A, den besagten 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss und unsere Audio-Anschlüsse mit einem optischen Anschluss, ja, soweit sehr, sehr gut aufgestellt. So, letzte Schraube gezogen und die Blende lässt sich dann problemlos abnehmen und, ja, wie sieht's denn hier jetzt aus? Ja, wir machen jetzt den Wiggle-Wiggle-Wiggle-Wiggle, ja, ein bisschen wackeln, bis sich, äh, hier die jeweiligen Wärmeleitpads lösen werden. Zack! So, sieht doch wunderschön aus, ja, da hat MSI wirklich einen guten Job geleistet, hier das Wärmeleitpad Essence gut anzubringen. Ja, und wir können hier relativ schön sehen, es sind die ISL 99360 und dementsprechend 60 Amp Power Stages, davon haben wir 3, 6, 9, 10, hier die Reihe durch, ja, entsprechend vier weitere, davon gehören zwei noch zu dem Stack hier. Also wir haben 12 MOSFETs für die CPU-Spannungsversorgung und zwei für die SOC, entsprechend ist das Ganze hier nach dem PWM-Controller, ja, haben wir hier nämlich, ähm, einen ISL 69247, der auf maximal 8 Phasen ausgelegt ist, äh, auch keine realen 12 CPU-Phasen, sondern nur 6, ja, äh, das sieht aber bei dem Unify, dem X570 Unify genauso aus, ja, und, äh, das macht das Board nicht schlechter, und nicht besser, ähm, aber hier wirklich ein richtig gutes Gesamt-Setup, ja, denn zwei MOSFETs pro Phase sind besser als eins, das muss man immer sich vor Augen führen, dementsprechend hier, ja, von MSI einfach, äh, ein grundsolides Board abgeliefert, äh, ich hab da wirklich nichts dran auszusetzen, sieht sehr vernünftig aus, und wie bereits gesagt, mit dem Kühlkörper könnt ihr jemanden erschlagen, ähm, dementsprechend nicht nur ein sinnvolles Phasenlayout für die Ryzen CPUs, sondern auch ein gut gekühltes, so, ich schraube das Ganze fix wieder zusammen, und dann sehen wir uns in meinem Fazit, so, Freunde, jetzt wisst ihr, was hier unter der Haube vom X570 Tomahawk steckt, es sind insgesamt 14 MOSFETs je 60 Amp von Interseal, ja, wie bereits gesagt, 12 davon dienen der CPU und die anderen zwei der SOC, und der PWM-Controller, wie bereits gesagt, ISL69247 ist in der Lage bis zu acht Phasen zu beherbergen, und genau so sieht's hier aus, wir haben sechs reale Phasen, ja, je doppelt belegte Phase für die CPU und zwei für die SOC. Mit 180 bis 200 Euro schlägt dieses Board hier zu Buche, und, äh, wie schlägt es sich im direkten Vergleich zu dem B550 Tomahawk, ja, dieses zwischen 40 und 50 Euro günstiger bietet jedoch eine 5 plus 2 Phasenkonfiguration, also sieben reale Phasen, hier sind zehn MOSFETs für die CPU entsprechend wieder doppelt belegt und resultieren in fünf realen Phasen mit 60 Amp, und dort sind dieselben ISL99360 MOSFETs drauf verbaut von Interseal, und dementsprechend hier, ganz ehrlich, ja, mit so einem massiven Heatsing ist der Unterschied marginal, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, an der Stelle, ob jetzt 5 plus 2 oder 6 plus 2, äh, mit so einem starken Phasenlayout, das, äh, ist dann an der Stelle schon wirklich zu vernachlässigen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde es davon abhängig machen, ja, seid ihr davon überzeugt, dass ihr hier, äh, das Wi-Fi 6 Modul gebrauchen könnt, ja, rechnet dort so, äh, 10 bis 20 Euro wert, ansonsten unterscheiden sich diese Boards eigentlich fast gar nicht. Dementsprechend, meine Entscheidung wäre das X570 Board, ja, alleine wegen des Wi-Fi Moduls ist es mir immer an der Stelle, äh, den Aufpreis wert, es bietet einfach die physisch bessere Ausstattung, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben wollt, dann, ähm, seid ihr beim B550 Tomahawk natürlich besser aufgestellt, und verzichtet dort auch gänzlich auf den Lüfter, nur wie bereits gesagt, ist auch beim X570 dieser eigentlich immer passiv. Ja, wie sieht's dann im direkten Vergleich zum Unify aus? 100 Euro teurer, und abgesehen davon, dass der Hersteller der MOSFETs ein anderer ist, denn dort werden International Rectifier 60 Amp Stages verwendet, 60 Amp bleiben 60 Amp, dementsprechend, ob Interseal oder International Rectifier, macht an der Stelle hier keinen Unterschied, ähm, es sind 6 plus 2 Phasen, genauso wie hier beim Tomahawk, und, äh, dementsprechend, abgesehen davon, dass das Unify einheitlich schwarz ist, und dieses hier schwarz-grau, ja, zahlt ihr hier 100 Euro für nichts. Man muss aber auch ganz klar sagen, das Unify ist schon länger draußen als das Tomahawk, sprich, äh, wer damals sich einen Unify gekauft hat, hat es getan, aufgrund der damaligen Ausstattung und dem Preisunterschied zu dem Ace X570 Motherboard von MSI, das damals nochmal eine Ecke mehr gekostet hat, ich glaube 350 Euro, äh, dementsprechend ist diese Entwicklung, ja, theoretisch dasselbe Board, ja, von der Kernkonfiguration, von dem, äh, von der Ausstattung, in abgespeckteren Ausführungen an den Kunden zu bringen, schon eine krasse Nummer, also so ein gut ausgestattetes Board, äh, dann letztendlich für unter 200 Euro bieten zu können, ähm, muss man hier an der Stelle MSI auf jeden Fall, äh, hoch anrechnen, definitiv, ähm, ähm, wie sieht es jetzt mit dem von mir so ein bisschen in den Hintergrund gestellten B550 Unify und Unify X aus? Jeder, der hofft, hier ein günstigeres B550 Board zu bekommen, ja, mit 16 Phasen, 90 Amp Power Stages, der lebt leider nicht in der Realität, ich versichere euch, das B550 Unify wird über 300 Euro kosten, wenn nicht sogar 400, ja, das soll ein Enthusiastenprodukt sein, das entsprechend, äh, ja, über dem X570 Unify stehen wird. Wenn ihr die Überlegung habt, X570, welches, dann nehmt euch das Tomahawk, denn das bietet dasselbe wie das X570 Unify, nur knapp 100 Euro günstiger. Wenn es B550 und kompromisslos sein soll, dann ist natürlich das B550 Unify eine nette Sache. Ob ihr es braucht, ja, sei mal jetzt sehr stark dahingestellt, äh, weil ich würde mal sagen, nein, ja, ansonsten macht so ein kompletter Overkill keinen Sinn, ja. Äh, dafür gibt es einfach bereits, äh, deutlich mehr und deutlich günstigere Alternativen. Dazu gehört das X570 Tomahawk. Ich hoffe, äh, das Video hat euch hier soweit weitergeholfen und bis dahin, äh, äh, danke ich euch erstmal fürs Einschalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV, spätestens, wenn mein B450 Board entsprechend auch Zen3 Support hat. Also, bis dahin, Gaming Fitness, Life's You See on GaxTV. Bis dann, 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 bis dann Untertitelung des ZDF, 2020